Yo was geht ab liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Part von Rainbow Six Siege zocken Team Deathmatch Bombe auf der Clubhouse Maps. So liebe Leute das ist jetzt ranked, das ist nicht mehr unranked, das ist jetzt ranked, so ranked wie es nur geht. Deswegen wollen wir mal gucken was geht und nicht geht. So Jackal ist weg, Doc Avaig ist weg. Sollen wir jetzt noch einen Line wegziehen. Ach ne jetzt nur noch 2 Defender, ist ja Quatsch. Clash, Mirror, Kavir, äh, Clash. Zieh mir jetzt noch Echo weg und dann passt das. Alibi? What? Okay jetzt bin ich fucking confused. Ja jetzt bin ich gerade hart confused. Wieso in mein Gottes Willen? Ah ok, fast wir machen. Jetzt alright. So, Echo haben wir, Visual, wir haben sogar das A-Team dabei, look at this, look at that, Mann, das, das wird, das, das weiter Krass, ist gut, trotzdem. Das ist scheiße! Okay, gut. Alter, das ist trotzdem schwachsinnig. Also schwachsinnig, weil du hast hier unnötig zu viele. Der hat Glück gehabt, ich hätte den Pass weggeholt. Das klingt nach Back, oder? Oder wo noch hat das geklungen? Okay, der hat mich nicht mehr zu sehen. Toll ist nochmal ein Stück in der Tat. Der hat mich nicht mehr zu tun. Bewusst. Die死en müssen nicht mehr zu tun. Die Atme haben nun hier geschlossen. Die Leiterung ist immer nur ein Stück gering. Noch war es ein Stück. Das ist ein langsamer Tag, ne? Die kommen ja alle über CCTV, oder wie sehe ich das? Eine Bombe hat von Op4 gelegt. Op4 hat eine Bombe gelegt. Du wirst wissen, was zu tun. Fuck. Okay, gegen dagegen habe ich hier keine Chance. F2 habe ich hier gar keine Chance. Mach ich gar nichts gegen. F2 habe ich gar nichts gegen F2. Was in der Welt? 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 Ich weiß gar nichts gegen F2. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nichts gegen F2. Ich weiß gar nichts gegen F2. Aber du hast ihn gesagt, das ist nicht nur so klar. 1-on-4 remaining. Located to the Diffuser. Destroy it. Bomb Diffuser has been disabled. Mission accepted. I think I feel so krass verletzt, that he went out first. The biggest fear is that I have a cooldown round. Every time when I hit the Diffuser, I have a cooldown round. When I hit the Diffuser with 7 or 8, that I had a cooldown. And that there is nothing again. Well, there is a window against F2. No chance. No chance. Now he is there. The bomb is protected. Why is he killing yourself when robots are killed? Reinforcing the wall! Raise the wire. Hop for it. Located to bomb. Be ready for assault. What? From the door. Is it true or what? Release or what? Off you are located, a bomb. Be ready for assault. D.D.D mounted. Let them come. Das ist echt jetzt... Nein, haben die nicht. Das ist halt so. Nein. Der Drone ist in für ein Scan. 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 Wir müssen komplett rüberrotieren. Wird schwierig, aber nicht mehr zu möglich. Der Drone ist in für ein Drone. Ihr müsst den Drone des Drone. Ich habe nicht gesehen, wo der ist. Ihr müsst. There mesmo, dass der Drone ist mit einer kleinen testach des Drone eines Drone. dabei Und wenn etwas nicht mehr zu외uk, aber is nicht mehr zufrieden. Sie werden die Blöden der Drone ist in für einijzugehen. Der Drone ist unter dem Drone. Der Drone ist in den Drone. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 A bomb has been located by OP-4. Reloading. Enemy drone dropping for scan. OP-4, last OP standing. We are right. We are right. We are right. We are left. We are right. We are right. I'm just going to do the cooldown. 1, 2, 1 So ist es jetzt nicht Mal schauen was die so bringen 1, 2, 1 Soirees 1, 2, 1 1, 2, 1 Ja, ich kann nicht man da. Ich habe einen CCTV. Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ah verflucht. Shit. Wieso ist er draußen? Ah verflucht. Den hätte ich vielleicht auch noch haben können, weil ich hab ihn so spät gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich den Trap habe oder nicht, sonst würde ich es riskieren mit Zettner B-Ring. Nein. Spray und pray. Mal gucken, was rauskommt. Er hat nicht mal einen Attach mit da drauf. Ein 3K reicht nicht. Okay, wieder Construction, Side-Blimit, Fair-Malz. War klar, dass er es den nehmen muss. Das war so klar. Das geht doch jetzt auch nicht anders. Gott sei Dank. Okay, ganz so kühl bin ich noch nicht mehr. 6, 5, 6, 6, 5, 5. Trotzdem steht es von 3, 2. Das eigentlich hätten wir haben müssen. Eigentlich hätten wir es haben sollen. Ich bin glaube ich mit 3 gegen 1. Ich weiß nicht, was passiert ist nach mir. Also Hibana weiß ich. Mit Hibana... Ist egal, wo ich eigentlich hingehe... Sind die... Hä? Okay. Wir sehen uns. Was ist nicht. Ich bin der Niveau. Ich bin der Niveau. Bist nicht die Niveau. Ich bin der Niveau. Ich bin der Niveau. Das fängt ja schon wieder super an. Wo ist der Basten? Das fängt schon wieder super an. Das fängt schon wieder 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 an. Da sind die Schmerzen um. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Runde war auch schon Feuer verloren. You must recover the Abuser. Op 4 eliminated all friendly. Okay, also das Problem ist, wir haben Defense zuletzt. Das ist das Problem. Quatsch nicht, mein Reconstruction wie immer. Das wird nur einfach. Wir müssen eigentlich Bertrum gehen, ne? Ja. Die Bertrum, weil ich jetzt noch nicht gewonnen habe. Sind wir wieder da unten? Okay. Hä? Hä? Spinnen die denn? Ich hab hier irgendwas zu spielen. Ich hab hier irgendwas zu spielen. Hä? Hä? Was spielen sie? Ich bin ja komplett zu weit auf die Bank. Ich bin ja nicht. Sie МУЗЫКА Siehst du? Die Bar hat 90 Sekunden ausgedrückt und das muss funktionieren. Sind direkt ein Mann weniger. Ja, Kali kann es auch machen. Kali, Scharfschütze, muss eigentlich funktionieren. Bless you. Ich sehe gerade gar nichts mehr, das ist das größte Problem gerade an der ganzen Geschichte. Fuck. Schafft er aber. No way. Oh my goodness, no fucking way. Oh my god. You can't make this stuff up. Alter, das hätte ich niemals, das ist so schlecht koordiniert gewesen. No fucking way. Mein lord, wie hätte er das denn geholt. Das ist 100%ig. 100%. Das müssen wir jetzt hier gewinnen. Das ist unsere einzigste Chance. Scheiße. Das ist hier unsere einzigste Chance, die wir haben. Boah, jetzt sieht gar nichts, die Sonne wird immer stärker bei mir. Ich muss halt gleich aufhören bei mir, ich muss das mal abdunkeln. Ich sehe gar nichts mehr. Dieser ist jetzt mega extrem gerade. Jetzt muss ich kurz stehen bleiben. Let's go. Das ist jetzt echt schwierig gerade. Das ist gerade nicht ganz ohne. Weil jetzt die Sonne untergeht. Jetzt pack-up ist jetzt gar nichts mehr. Nein. 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 One friendly operator. Mission failed, alle friendlys were eliminated. Ich frage mich jetzt wo die hingehen, ich frage mich jetzt auch gerade wo die hingehen. Auf jeden Fall Constructionszeit. Ich frage mich, Leute. Das Problem ist, wir haben nur eine, zwei. Die sind wieder Garage. Die CCTV sehe ich gerade gar nicht. Okay, sie sind CCTV sehr gut. Die werden mag was Idioten. Okay, ich muss trotzdem bei mir abdunkeln. Okay. 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 So schnell fehlen sie nicht mehr. So, wo geht sie überhaupt zu fahren? Okay. Okay. Von mir sollen wir das so machen. Wieso ist es gerade primär so leise geworden? So, er ist schon besser. Okay. Okay. So, ich weiß nicht die partie. Ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. Das ist eigentlich nicht wie eine Arme. Aber ich weiß nicht nicht, wie ich keine Arme ist. Was ist es nicht, wie ich eine Arme ist. owrahr transferiert. Ja, wir sind nicht. Wie eine Arme ist. Das ist nicht? Na, was ich war. Da ist nicht hier. Ja, ich war. Ja, wie man? Jetzt sind wir am Arsch. Jetzt sind wir komplett am Arsch. Fuck! Ich muss hier alles verbarkt werden, ich muss mir alles öffnen. Vielleicht sind wir auch nicht am Arsch. Fuck! Und er verliert was. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Keine Chance. Er hat 2-5-9, Alter. Zu wenig. Das ist viel zu wenig. Ich hätte ein bisschen mehr refragen müssen. Ich kann mithalten. Das ist mir schon klar. Aber... Was ist los kiddo? Hast du Hunger oder was? Er kriegt gleich was zu futtern. Wie spät ist denn das? Wollen das sein? Nein. So liebe Leute, ich bin mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Rainbow Six Siege. Bis dahin, haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.